Eins, zwei, drei, und Action! Ohlala, wir sind alle heiß auf Nizza! Sollen wir uns an auf Nizza! Ohlala, lass das Leben sechern! Alles ist heiß auf Nizza! An der Krim auf vier, schon in der Sturie! Das ist nett! Wenn ich mir aufgebrochen hatte, hat sie einen roten Fleck. Was soll er noch da konzipieren? Ah! Hallo! Achso! Heute wird... Zwei Minuten Make-up-Look am Flughafen sein, weil keine Zeit mehr. Nur Stress! So much stress! Oh mein Gott! Ich bin überfordert, ich bin überfordert! Nichts! Ah! Sch**t! Fit check! Na, weißt du, eine Flasche? Und Pudding! Let's go! Nach 100 Metern hat sie im Zielgereicht. Wow! Hahaha! Die lernt einfach für Uni! Hallo! Hallo! Frühstück! Vorjott! Musik! Ja, man nicht die Schöne! Musik! Ist es da? Ah, Mr. Soleil. Das steht so unästhetisch nebeneinander. Hallo Leute, wir chillen seit wie lange? Seit zwei Stunden in einem Café, sieht aus wie im Wohnzimmer. Da haben wir geschlafen, gelernt, alles mögliche und jetzt suchen wir uns irgendwas zu essen. Seit drei Stunden hier. Wir sind länger hier, oder? Upsi, aber wir wissen nicht wohin mit uns. Jetzt suchen wir uns was zu essen und wir wollen Sokka essen gehen, das ist typisch Nizza irgendwas. Ja. Ja. Das Essen war okay. Es war zu wenig, zu teuer. Die haben uns die falsche Bestellungen gegeben, die falsche Rechnungen gegeben. Und dann waren die noch genervt, dass wir die richtige Bestellung und die richtige Rechnung haben wollten. Wenn ich 0 Sterne geben könnte, würde ich das tun. Hier könnt ihr euch unsere Bewertung angucken. Oh mein Gott, es ist windig. Leute, wisst ihr, warum in Frankreich jeder immer über Rot geht? Oder? Oh mein Gott. Irgendwie gehen hier alle über Rot, obwohl da eine Ampel ist. Unsere Location Baba. Wir haben hier eine Eisdiele direkt. Da drüben, man sieht es gerade nicht, aber da ist der Strand. Da haben wir einen Supermarkt. Da haben wir unsere Einwohner. Einwohner? Gönnt euch diese Aussicht. Wow! 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 Die Aussicht ist Baba, muss ich zugeben. Aber der Rest... ...und jetzt erstmal nap machen. Tick-Tock-Session 4, Foto-Session 8, Strand 8, Berge 4! Wohin gehen wir jetzt? Sushi essen! Wie immer. Immer asiatisch essen, egal wo wir sind. Ist schon. Ja stimmt, ne? Warum ist der Aufzug so klein? Das ist echt mini. Hallo! Wir haben gerade das Essen vor, also wir sind am Tag. Wir haben einfach halbe Stunde auf das Sushi gewartet. Wir waren in vielen Minuten. Alles aufgeessen. Ein Crepe. Und wie ist der Crepe? Lecker? Banane und Nutella? Ich vermisse auch eine Banane. Wir haben Cheap Zwieback aus Deutschland, weil wir uns keinen Crepe leisten wollten. Wir hatten übrigens eben Guava-Litschi-Saft. Underwhelming. Ja. Kauft euch noch meinen. Tastes. Cheers. Gegen was isst man, wenn man Zwieback? Sollen wir doch essen, wenn man irgendwas hat? Durchfall. Mhm. Ja? Durchfall. Ah, wenn ihr Durchfall habt, Leute, Zwieback essen. Oh. Willst du auch misi? Ja. Ja. Das sieht gut aus. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus aus. Wie toll ist das? Das muss ein Babyteam sein. Urlaubsshop. Hä? Hä? Wann filmen wir's? Hä? Wann filmen wir's? Guten Morgen! Wir gehen jetzt einkaufen und fahren dann nach Kanu. Foto für Danny. Musik Es ist so schön. Frühstück mit den Jungs. Am Strand. Vielen Dank. Musik Wir sind in Cannes angekommen. Es ist so heiß heute. Vor einer Woche war Tay auch hier. Vielleicht ist er genau die selbe Straße entlanglaufen wie wir. Oh mein Gott. Warte. Das hier. Wir können Leute fragen, wo die Straße ist. Wo die Straße ist. Ach so, stimmt. Wir haben es einmal verpasst. Mann. Es ist so riesengroß irgendwie. Ich weiß nicht, hier wird es so nett groß. Musik Leute, hier ist Sandstrand und wir haben keine Badesachen dabei. Ich beneide Leute, die gerade im Wasser sind. Nicht feel free. Wenn ihr Füße sehen wollt, dann schreibt mir bitte eine DM. Ich schicke euch. Oh, how rich. Wir haben uns einen exotischen Smoothie geholt. für 5,50 Euro. Aber es tut gut. Musik 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 Ich habe eine Sternkette gekriegt. Wir haben Bova gefunden mit Tapioca. Sonst gibt es hier nur so Brandom Bubble Tea. Egal wo wir sind, wir enden immer. Bei Bubble Tea. Und beim Asiak. Hey Bova. Was war das jetzt so schlecht? Eben. Ah, mein Gehirn. Hallo. Ich habe auf jeden Fall eine Brille. Wir suchen eine Sonnenbrille für mich an, weil sie hat keine. Die sieht cool aus, eigentlich. Die ist cool. Zeig mal die andere. Ich fand die cooler. Aber irgendwie ist die auch noch nicht so perfekt. Schwarz. Zeig mal, zeig mal. Das sieht nicht so breit aus. Okay. Auf dem Video sieht es süß aus, aber echt sieht es breit aus. Ja, echt sieht es so. Musik Musik Und dann kann sich entscheiden. Nicht bei. Oder nicht bei. Slay oder nicht Slay. Ich finde Slay, aber es ist wie teuer? 2,30 Euro. Eich von Slay. Das ist sehr schön. Es passt damit nur einmal. Okay Slay. Das ist Giga Slay. Ja, das passt aber zu seinem Outfit. POV, wir warten darauf, dass Miraculous kommt. Miraculous. Miraculous. Hallo. Wir übernehmen Alenas Vlog. Wir machen jetzt eine andere POV. Andere Carlo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist voll das Gute. Das ist aber süß. Ohne dieses Wettige. Mein Dad wollte ich. Weißt du, ob Kanitzer wäre schon cooler? Janko. Janko. Kann es? Kann es? Ich bin auf Video. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin auf Video. Wir gehen jetzt Tacos essen. Nicht mehr Asiatisch. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich bin auf Video. Tacos, lecker, 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 pachita, 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 pachita. Lauern aus war sie ein spicy genommen, mal schauen ob sie das überlebt. Guava Natural Flower Soda. Oh, do you want a drink? This is the Guava Natural Flower Soda. Oh, lecker! Tastes, tastes. Tastes, tastes. Tastes, tastes, tastes. Oh, es ist gut, es ist ja. Es ist das Kigasnay? Es ist das Kigasnay. Es ist das Kigasnay. Oh. Kigasnay? Kigasnay? Vicky? Wow, kweil. Team Hashtag Eis lutschen oder Team Hashtag Eis beißen? In die Kommentare, bitte. Die eine lernt, die andere machen Fotos. Oh, das ist süß. Das ist süß. Das ist so süß. In die Kamera gucken und vielleicht ein bisschen zu helfen auf der Tür. Das ist so süß. Das ist so süß. Giving you all. I'm counting the day till you come. I'm counting the way to make you. 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 Crap. te ry یuu sieh I'm counting the day till you come. I'm counting the way to make you. I'm counting the day till you come. Danke! Wir haben uns ein kurzer Asseffekt zu machen. Wauw. Wauw. Diro! Diro! Wir sind wieder hier! Untertitelung des ZDF, 2020